Wo fang ich jetzt an? Die Türme, oh Gott. Oh, eins. Ist das ein blauer? Ne, ist das ein roter. Wo läufst du hin, Repto? Repto. Das ist gerade echt scheiße getrun. Das ist meine Idee. Das ist meine Idee. Okay. Einmal noch. Oh. Ich bin hier noch schnell. Ups. Bewege mich auf diesen nächsten zu. Oh Gott. Noch ein Mal. Proud. Wieder. Wieder grüner mit. Oh Mann. Das ist voll der Völk. Ich muss mir das nicht mehr tun. Ich bin noch nicht mal bis in die dritte Dings reingekommen. Äh. Bevor sie, ey. Oh. 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 Ich bin gerade ein bisschen warm. Eins. Da war noch einer. Und da ist noch eine grüne. Wait. Noch eine grüne. Oh. Der hat grün. Ah. Ficken, ey. Ganz ehrlich. Ich will das Spiel jetzt mal zu Ende bringen. Und damit wir auch noch Nutzen haben von unserem Superfeuer. Werde ich das jetzt einfach mal benutzen. Also ich werde mir das holen. Und dann werden wir uns den schönen Ripto mal rannehmen. Weil wenn ich das jetzt hier noch weiter so mache, dann bin ich da morgen noch dran. Drache Nufa. Ach. Wofür sollen wir das denn sonst benutzen, wenn wir schon alles haben? Das macht doch keinen Sinn. Das haben die bestimmt extra deswegen eingebaut. Damit so Loser wie ich das benutzen können. Ab geht es. Mach dich fertig, schreib doch. Ich hoffe mal, dass das funktioniert bei den Endgegnern. Das wäre voll scheiße, wenn ich. So. Ach, da ist der. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich wusste nicht, wo der Stuhl war. Jo, jo. So. Ab geht es. Das ist schon mal gut. So. Jetzt kommt das Schwierigste. Wo ist der goldenen Kugel her? Wo ist der goldenen Kugel her? Einfach immer weggucken. einfach immer schön weggucken. Wenn ich nicht sehe, wenn ich nicht sehe, dass du auf mich schießt, dann schießt du auch nicht. Fuck you! Ich muss das verlassen, glaube ich, weil wenn ich neu starte, dann, äh, wenn das neu gedingst wird, dann fängt es erst da wieder an. Mein ich mal. Ich glaube schon. Oh, jetzt muss ich da mal hinlernen. Söpfe, denn ich sollte es auch nicht so bemerken, dann fängt es an. Ich glaube, ich muss das nicht so bemerken. Ich kann es auch nicht so bemerken. Ich muss es aber auch nicht. Ich kann es auch nicht so bemerken. Es ist so, ich kann es auch nicht so bemerken. Okay, ich hab nix gesagt. Wie riptet es einfach mal an Scheißdreck interessiert, dass er getroffen wird? Wir können das doch... ja, wir können das doch machen. Halala... Bist du oder da bist du? Wow! Oh! Ich versuch's einfach mal. Oder kann ich? Ah, dankeschön. Ist gut. Okay, das schon hin. Ich versuch's einfach mal. Kann sich hier nicht irgendwo draufstellen oder so? Was ist denn da, was ist denn da? Das war's für heute. Ich krieg das nicht hin. Ich hab das... Als ich den das erste Mal besiegt hab, hab ich den richtig gut hingekriegt. Und jetzt ist das irgendwie ein bisschen... weiß ich nicht. Oh, das war sauknapp. Betroffen, sehr gut. Wow, der hat zweimal geschossen. Okay, ich glaub, der ist immer noch da. Whoa! Okay. Zweimal oder so noch. Wow, das war auch knapp. Da bist du. Ich geh echt auf mega nummer sich. Davon hätte da aber einer treffen müssen. Yes. Endlich. Damit rätten wir das Spiel zu allen möglichen Dingern abgeschlossen. Ja. Ich glaub, da kommt jetzt aber auch keine andere Sequenz als sonst. Wir können dir gar nicht genug danken, Spy. Bye-bye. Joe.